Ein russischer Raketenangriff auf die zentralöstliche Region Poltava in der Ukraine hat heute 55.000 Menschen ohne Strom zurückgelassen, sagte der regionale Gouverneur. Laut vorläufigen Informationen kam bei dem Angriff niemand ums Leben, aber mindestens neun Personen wurden verletzt. Mehrere Wohnblocks wurden ebenfalls beschädigt. Auch Stromleitungen wurden getroffen, wodurch sowohl private als auch industrielle Verbraucher ohne Elektrizität blieben. Russische Raketen und Drohnenangriffe auf den Energiesektor der Ukraine haben seit März zugenommen, was in vielen Regionen zu Stromausfällen geführt hat, da die Hälfte der Stromerzeugungskapazitäten des Landes außer Betrieb gesetzt wurde. Ein hochrangiger ukrainischer Energiebeamter hat gewarnt, dass die Notabschaltungen und geplanten Stromausfälle in den kommenden Wochen zunehmen werden.